Mitten in der Stadt miteinander alt werden, das ist das Motto der neuen Wohnungen im Dr. Schenkstift. Denn in dem ehemaligen Alten- und Pflegeheim entstehen gerade 22 Wohnungen für Senioren in Form einer ambulant betreuten Haus- und Pflegegemeinschaft. Wir wollen ein Wohnprojekt miteinander machen für alte Herrschaften, die miteinander noch selbstbestimmt möglichst lange wohnen wollen und eine gute Nachbarschaft pflegen wollen. Alle Wohnungen haben einen individuellen Grundriss und sind sowohl für Alleinstehende als auch für Paare gedacht. In jeder Wohnung gibt es ein modernes Bad mit bodengleicher Dusche. Außerdem sind in allen Apartments bereits Küchen eingebaut und natürlich ist das ganze Haus barrierefrei gestaltet. Die Bewohner können hier also selbstständig leben, aber bei Bedarf auch Hilfe in Anspruch nehmen. Im Alter muss man immer daran denken, Entlastungen zu bekommen für Dinge, die einem schwer fallen. Ja, da nennt man natürlich in erster Linie die Pflege. Und dann solche Dinge wie Mahlzeitendienste und auch hauswirtschaftliche Dienstleistungen, die gehören ganz einfach dazu. Und das liefert unsere Ideenwerkstatt, die auch hier im Hause noch eine Küche betreibt. Eine weitere Besonderheit ist die große Cafeteria mit Dachterrasse im Obergeschoss. Hier können alle Bewohner und Besucher jederzeit zusammenkommen. Lassen Sie sich jetzt schon für eine Wohnung vormerken, dann können Sie schon ab dem 1. März in Ihr neues Zuhause ziehen.